hejo und willkommen zu layers of fear 2 lasst uns gemeinsam gruseln bis wir weinend in embryonalstellung in der ecke kauern und nun viel spaß dabei das schaut tatsächlich ein bisschen anders aus ok ist das auch wieder so ein mythisches ding eigentlich ist es ein poster aber das ist ein creepy nicht normales poster hier haben wir den fahrstuhl und runter kommt der andere nur irgendwie falsch der liegt vielleicht aber der schalter ist richtig ist schräg ok nicht gut hmm das ist wirklich der anfang hier haben wir das sos gesendet der blöken body Oh mein Gott. Das tut mir so leid. Kann ich daran was ändern, von hier aus? Sieht nicht so aus. Jetzt auch sonst nichts. Da verändert sich auch nichts. Dann kann ich nur weiter. Weiter geht's. Wie er mich anschaut. Und das Poster im Hintergrund mit dem Loch. Soll das hier jetzt eine Reise durch alle signifikanten Punkte sein? Denn das hier kenne ich auch. Wie lang ist es her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Ich verliere die Kontrolle. Ich werde immer dünner. Während es immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los. Mh-hm. Mh-hm. Muss ich über Corlen laufen? Ich würde es tun. Okay. Ah ja. Das sind die ganzen Puppen aus den Szenen. Bleib mal entspannt, mein Freund. Das ist die ganze Zeit. No impossibles Sara... Pfarrer Kleine Jimmy. Pfarrer, schädelter, pädagoger Kleine Jimmy. Sempre die victim, always die ver downloads. An anchor dreig mich auf. das klang nicht gut also ich meine lily das klang nicht nach ihr ich sehe absolut nichts ok die kohle Schürfer ...to burn away completely. There's no place for me here. Only you. Whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You, you cannot help me. Not anymore. I will try it. I don't know what it means. Okay, I don't know what it means. Okay, a little bit of Pferd. Mhm. Two directions. Muss da irgendwas hin? Hier ist wieder so ein Würfel, so ein Rattenwürfel. Hm. Hm. Die Zürich. Okay. Die Zürich. Das war's für mich. Ich will meine finalen Arbeit, um wiederholen was zu verletzten. Um zu verletzten Feuer zu verletzten. Um die wahrsten Flamme zu verletzten. Aber jetzt ist die Sparke. Es ist fast weg. Es ist verletzten. Hopelös. Just. Wie. Du. Das werden wir noch sehen. Hey. Oha. Ja. Einmal als Da Vinci. Und weiter hoch. Okay. Okay. Da ist das Vieh. Wieder das Bild mit den Leuten. Mhm. Ja. Das war's. Schauen wir mal hier rein. Oder auch nicht. Okay. Das ist eine Falle. Man kann halt zwei Mädchen am Ende des Flurs nicht trauen. Das durften schon andere in Filmen. Klar rausfinden. Wenn ich bin, ist der Tod nicht. Wenn der Tod ist, bin ich nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Das hatten wir schon. So mutig sein heißt das. Das Ding hatten wir. Okay. Gut, dass ich diesmal wusste. Und jetzt sind wir hier wieder in dem Filmraum. Die Puppen liegen überall rum, stehen überall. Da ist wieder der, der sich profiliert. Viele, viele Zuschauer. Die ganzen Puppen. Die Puppen. Die Puppen. Okay. Das habe ich vermutet. Okay. Wieder alle, die zuschauen. Hier kann ich jetzt nichts machen. Hier ist auch nichts. Überall sind sie. Ein Dia. Und es geht natürlich nur da lang. Oh. Oh. Nimm mal deine Hand weg. Okay. Okay. sanft und vorsichtig kann mir keiner nachsagen mhm mhm die münzen hey du hast geschossen sonst sehe ich aber nichts okay hat den noch gekillt interessant mhm 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 Drei Kisten Meinst du Hier scheint es weiter zu gehen Sie kann aber das Leben gewinnen Frech von dir, frech Einfach frech In den Rücken Es ist immer da Einen Schritt hinter mir Über mir Es zieht mich hinein Meine Haut fällt ab Ich verwandle mich In was? Das würde ich auch gern wissen Die Äpfel Das flimmert überall Das dachte ich mir Also doch da Ah ja Bin mir nicht sicher Ich kann die Frage auch nicht beantworten Okay Hier gab es tatsächlich noch mal drei 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 von den Bildern Kann ich nur hier lang gehen Die fliegen alle da hoch Interessant Okay Nächster Raum Das Schiff Der Dud Sitzt immer noch hier Und Rolle 6 Ist wie üblich verschlossen Oha Das ist überhaupt ein Schuss Ich würde gern weggehen Okay Okay doch nicht Die gibt es ja immer mal wieder Hier ist auch der Das gute Einäugige Monster Da ist was Oha Oha Wird doch wohl kein Stiefelkreis Das wird gut Alles wird gut Alles wird gut Alles wird gut Okay War kein Tod Hätte ich vermutet Das hier kommt mir aber ein bisschen neu vor Mit den Säulen Das gibt es auch ein bisschen neuve